Was ist denn hier? Sag mal... Felix! Jetzt hat Goku sich gesnackt. Farbenkrieg, Leute! Farbenkrieg! Ich fühl mich in den letzten neun Runden wie so'n Roboter, der einfach nur Tasks macht. Kann man bitte jemand Lenny die Farbe lila abgeben? Der Tarstimulator. Ja, ich hab Schwarzes auch, okay. Das Problem ist halt, ich erkenn Lenny wirklich ohne diese Farbe gar nicht und Sky auch nicht. Ja, und dann wird's ja schwierig, oder? Ehring! Ehring! Da können wir jetzt starten, perfekt. Let's fucking go! Let's fucking go! Okay, das ist noch okay. Greffenarte. Oh Scheiße, ich bin ein Posto. Mit wem bin ich denn jetzt ein Posto? Das hab ich gar nicht hingeguckt. Spot Tasks fälschen. Oh Mann. Das Menü geht hier auf. Irgendwer hat hier was ge... Ich folge dem Lenny. Ich folge dem Lenny. Okay. Oha. Mal wieder. Seit langem. Was mach ich hier eigentlich? Ein paar Räume zu. Oh weih, das hab ich doch lange. Ich brauch lange keinen Impostor mehr. Oha. Ein Electrical? Ein Electrical, der Kasten schon wieder. Ja. Erik kann ich für den Kill ausschließen. Der ist drüben bei Neff gewesen. Felix kann ich ausschließen, der war mit mir in O2. Lenny ist glaube ich gerade in Admin reingelaufen. Ja. Ja. Was ist denn mit Lenny's Namen los? Lenny Sandkant... Was? Lenny Sandkant kein japanisch. Weil alle hier japanischen Namen haben. Aber ich dachte ich muss... Ich hab keinen japanischen Namen. Ja, aber ich bin in der letzten Runde auch so... Du bist halt nicht cool, Zwergi. Okay. Jetzt wollen wir nicht persönlich... War nur Spaß, Alter. War nur Spaß. Du bist auch nicht cool, Alter. Okay. Ja, ich war halt grad... Trapped. Weil... Lower Engine zu war. Und dann dachte ich, guck ich halt in die Camps. Hab Erik halt drüben bei Neff gesehen. Lenny halt in Admin reinlaufen und das war's. Hm. Jetzt haben wir auch rechts auf der Seite. Ja. Okay. Ja, also ich bin... Also... Außer Zwergi hab ich halt nichts gesehen. Er ist mit mir gemeinsam die rechte Seite runtergelaufen und dann... Ja. Stimmt. Mit Lenny war ich eine Weile lang zusammen. Und dann weiter nach links. In Electric. Dann ist er nach Electric rein. Ich hoch zu Adminio. Hm. Deswegen kann ich auch leider Zwergi nicht ausschließen. Aber es sei denn, er ist halt instant Self-Report. Ja, wie gesagt... Die lag da schon länger. Die hab ich da... Ich mein, das würde ich jetzt auch mal zum Poster sagen, aber das ist... Vielleicht lag da wirklich schon... Äh, wer hat einen Leitz angemacht? Hm. Also wahrscheinlich Kasten. Perfekt. Oder der Posterino. Ne, der Kasten, der lag hinten bei den Tasks. Der lag hinten drin. Der war... Der lag nicht mit dem Leitz. Der hat nicht das Leitz gefixt. Beim Kabelkasten. Haha. Der kann doch gefixt haben und dann seine Tasks gemacht haben. Das kann sein. Ich wollt grad sagen. Du fickst ein Dantas. Das kann sein. Der hat auch die... Die falschen Karten verbunden und ist durch einen Stromschlag gestorben. Ach so, ja. Das kann auch sein, ja. Das ist ja auch so. Na, das ist doch jetzt. Da wollten wir den Stromkasten. Den Stromkasten. Ich glaub, der hat vergessen, äh, die... Die Elektrik zu erden. Deswegen... Ja. Es wurden wir Elektrik hier raus. Die Sicherung vorher auszumachen. Sein Raumanzug war nicht aus Gummi, beziehungsweise sein Raumanzug. Es ist... Da wäre ich sowieso dafür, dass wir mal Elektrik hier rauswoten. Anscheinend auch nicht. Die hat nicht geholfen. Die hat nicht geholfen. Rauswoten. Ne. Die haben ihm... Die haben ihm extra noch gesagt, so, bei seiner, äh, Elektrikalehre, so, yo, Gummipömpel aufm Kopf, das hilft, so, wenn du einen mitbekommst. Aber anscheinend nicht. Wahrscheinlich hat er den kurz an die Wand gemacht, weil er... Ja, das Ding. Den Tipp hat er einfach von Oette. Hilfe der Out. Ich bin auf die Oma-Stromleitung gekommen oder sowas, kann ja auch sein. Ich sollte mal hier runter gehen. Ich habe nämlich in Elektrik noch ein paar Tasks. Da wollte ich nämlich gerade hin, als ich den reportet habe. Oh, Lightfix. Da würde ich das auch mal fixen. Pop, pop, pop. Ich habe da mal wieder Licht. So. Ich habe leider nur Licht. Ich kann auch nicht. So, Kabel verbinden. Und raus hier. Hallöchen. Etik-Tree kickel ich nicht mehr dort hinten. Zumindest nicht. Das wäre ein bisschen blöd. Auf nach Mad Bay. Ich muss nachher nochmal vorbei. Okay, sabotieren kann ich noch nicht. Okay, weiter geht's. Mit Mad Bay kann man super killen. Nach Elektrik. Oh, jetzt könnte ich den Cafeteria gut killen können. Verdammt. Was mache ich hier? Card-type. Mal unaufwendig ein paar Türen zu machen. So, ich traue mich hier gerade keine zu killen. Ach, von den Camps killen wäre jetzt blöd. Hi Goku. Das ist blöd jetzt hier. Hätte ich killen können. Ja komm, weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Hier mal ein bisschen Reaktor. Oh nein. Nein. Das macht ja jetzt erst Hass. Ich denke ich kann nicht mal wieder was machen. Können wir bitte Sven Wort tun? Jo. Nein, das ist Zwerge hier. Wieso ich? Weil du gerade von rechts gekommen bist. Wo liegt denn gleich? Ja, ich habe dort wieder Tasks. Ja, aber Goku war mit mir gerade eben vor knapp 10 Sekunden da drinnen. Also Zwerge und Goku sind gerade gemeinsam aus Navigation gelaufen. Das habe ich durch die Camps gesehen. Was danach passiert ist. Wo liegt denn? Wo liegt Goku genau? Wo liegt denn? Vielleicht haben wir Felix. Hallo? Ja gut, wenn der Felix Impostor ist, dann wären alle tot, aber gut. Goku liegt in U2. Ja, Zwerge raus. Es ist Zwerge. Zwerge ist mir auch entgegengekommen. Ich glaube ich jetzt bin Felix. Gut, Felix ist leider nicht, weil dann wären schon alle tot, aber... Ja gut. Warum ich? Weil das Licht die ganze Zeit wieder ausgeht. Und wenn du beim nächsten Sabotieren dir dachtest... Okay, jetzt dann vielleicht doch nicht nochmal Licht. Weil sonst wird es Hass, deswegen mache ich jetzt Coms aus. Ich mache hier meinen Task und wird jetzt hier wieder... Ja, ja. Warum nenne ich denn aus welchem Grund jetzt ich schon wieder? Außer als ich von rechts kam und dann meinen Task gemacht habe. Zwerge? Vorhin als du nach Electrical reinkamst, ist dir da Zwerge entgegengekommen? Weißt du das noch? Wann war das? Das war relativ am Anfang der Runde. Erst Runde, natürlich. Erst Runde, zweiter. Ich spiele grad sowieso irgendwie nur linear. Mach man das nicht. Okay. Ich bin schon so demotiviert. Das ist jetzt vielleicht noch eine interessante Frage. Bei Comfix, ist da jemand zufälligerweise oben lang an Mad Bay vorbeigelaufen? Ja. Ich. Hast du zufälligerweise Zwerge gesehen? Ne. Ich habe da Kolja gesehen. Weil ich habe Zwerge in Mad Bay reinlaufen sehen, bevor Coms ausgegangen ist, aber ja, dann sind Coms sabotiert worden, deswegen... Ja, okay. Also ich sag mal so, das war 20 Sekunden nachdem Coms sabotiert wurde. Ey, hat wer Bock auf Mad Bay scannen? Hab ich die Runde leider nicht. Leider nur ein Sample. Oh, schade. Sample Dein Bögen. Als ob ich jetzt nur, weil ich von rechts gekommen bin, nur weil ich mit ihm zusammen war. Jetzt bin ich natürlich wieder frohlich. Ich habe euch auch in Kemp kurz mit ihm gesehen. Ja, komm Gartenzwerg raus. Ist ein bisschen lame. Ist ein bisschen lame. Das wollte ich nicht raus sagen. Ich wurde es von drei Leuten mit der Person gesehen. Ist nicht lame. Ich mache einen Skip hier. Das ist... Ansonsten müsst ihr Felix losen. Kuss geht raus, Leute. Kuss geht raus. Dankeschön. Gerne, gerne. Ja, Hubut war jetzt ein Blöcke. Nicht mein blödes, der hatte schon blödere Kille. Ja. Felix Mute. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen für Ärger sorgen. Ein bisschen Auto hier sabotieren. Mal ein bisschen Mist machen. Oh, hier Kolja kann mal ein bisschen gucken, was mein Imposter-Kollege macht. Vielleicht geben wir es ja so. Dass der Kolja hier noch ein bisschen was Tolles macht. Wie kann ich den noch irgendwie unterstützen? Wenn da ein Mad Bay reingeht oder so. Ah, jetzt wendet er. Wo wendet er denn hin? Hier wieder raus. Na, sehr schön. Jetzt kann ich irgendwas für dich abriegeln. Hier mal die Cafeteria dicht machen. Dann kommt er wieder raus. Kann man hier ein bisschen Licht ausmachen. Oh, hast du selbst gemacht. Hast du selbst ein bisschen Licht gemacht. Dann komm jetzt hier. Sehr schön. Oh, ja. Flieh! Haben ihn nicht gesehen. Das ist gut. Oh. Knappe Sandhammer. Wo liegt er? Äh, Power-Electrical-Lightfix. Ich hab' vergessen, dass ich reported hatte. Ärgerlich. Ähh, der, 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 Felix. Wo kamst du grade in Lower, kamst du aus dem Wind? Du weißt, auf einmal auf den Wind geschlafen. Nein, ich war oben. Ich kam von Upper Engine. Okay, ja, das kann sein. Du bist dann ein bisschen auf... Das kilka habe ich noch gesehen, beobachtet, wie er da Kabel gemacht hat. und ich war dann bei upper engine diesen schalter umdrehen werden jetzt gefickt und bin dann runtergelaufen gefixt hat wahrscheinlich das geld macht da jetzt ja und geben davon aus wenn davor steht wo bist du gerade ich war gerade in deutschland und habe den müll doch und runter die ausrede hat er schon mal in dieser runde gab es aber weil ich hoffe die merken es nicht ja von wo du gerade kam es ich habe vor allem ein bisschen auf dass keine fläche ist hat er schon gekillt sehr erotisch aus ich bin geradeaus keff hält entgegen gekommen und bin damit bereinung zu gucken und dann leicht ist und jetzt gerade eben bin ich vor aber entscheiden kurz davon ich habe mein letztes tag rechts bei neff gemacht und zwar meine kabeltas wir sind kurz vor der vollendung alle tasks und zwerge war ja richtig also können wir es geben so genau ich meine also felix glaube ich ehrlich gesagt nicht weil der kam glaube ich von oben ja und ich habe zwergier ausgebildet war oben beim 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 medbayscan hat es die ganze stelle also eigentlich eigentlich kommen jetzt nur noch sven und kolja in frage wobei ich eher auf kreuer gewalt ist wenn ich freundlich mal irgendwo safe ich glaube ich war nirgendwo safe lenni bis links oder rechts rumgelaufen zu mit felix gemeinsam ich weiß es gerade nicht mehr aus dem kopf wie lange leid wieder an sind weil rein theoretisch könnten wir dann noch kein band kill ausschließen aber ich glaube jetzt mal hält es zähle ich glaube niemand auf der welt wäre so dumm jetzt wirklich so penetrant dann da auf dem scanner um zu den zählen und dann halt irgendwie die gefahr einzugehen dass er das aber halt beim fake scans als die gedingung wird also ich würde eher auf kolja weil es wenn glaube ich nicht ja doch ich bin dass die ganze zeit auf der rechten seite war außer jetzt storage einmal ja gut ist denn kam aber das und jetzt herausgevortet worden oder keiner aber erst erst dann komm jetzt musst du alle noch killen alle kennen wird schwierig ja was machst du ja ja du musst das jetzt gewinnen irgendwie ich weiß nicht wie das geht die tasse und auch fast alle nicht ich weiß nicht wie das machen wir es jetzt nicht in der netflix killen nein macht das nicht nicht in der aktuell nicht noch mal tagen gleich gleich fertig wir gewinnen das nicht mehr nein ja jetzt kein übereilten keinen dummen killen machen tja ich habe gehofft dass collier das noch macht aber gut wenn die runde mal wenn der eine schon raus ist wenn die runde schon verlor wenn dann ist die runde verloren ist verkackter es waren halt schon so viele tasks fertig das hätte ich allein jetzt nicht mehr alles noch hingekriegt und ich bin nicht so gut im lügen dass ich sagen kann oh guck mal der war es warum wendest du halt nicht einfach ich wende doch nicht ich habe den kill gemacht ich bin nicht gewendet ich habe ein einziges mal gewendet ja ich liebe euch alle dass der kamer verteilt hat schrieb und auch es w